willkommen in erfurt ich habe ja erst mal schön mein selfiestick kaputt gemacht eben gerade das war schon wieder ein richtiger hauptgewinn aber hey passiert was willst machen ich muss mal eben flugs noch meine färbedienung wegräumen ich habe ja jetzt hier zum umschalten vom bild und so aber wir haben ja heute nur eine kamera da so wir sind jetzt gerade in erfurt von der sonne wir gucken uns das gerade mal an mal sehen was hier so los ist heute das muss man schnell einen rucksack noch zu machen was ein krampf ich habe gerade schon gedacht irgendwas kaputt gegangen aber glücklicher weise ist alles gut so jetzt sagen wir erst mal schön guten morgen wie gesagt selfiestick ist broken kaputt gemacht heute morgen schott ist glück heute sie kriegt ein autogramm ja klar gerne das ist ein video oder nee 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 ich muss nur hier unten den knopf drücken ok ok los geht's ab nach erfurt von der sonne ich weiß gar nicht wo wir also ich glaube wir gehen jetzt erstmal in die altstadt wenn man das so sagen kann ich glaube wir gehen erst mal zum bahnhof ja aber ich glaube das ist das erste wo uns dich hinzieht wenn du in erfurt bist zum bahnhof ich habe schöne erlebnisse am bahnhof gab letztes jahr das war so eine richtig gute story wir sind bei dem hotel haben wir hier geschlafen mit der city hotel ja und dann haben wir ja genau und dann haben wir uns abends immer einen mcflurry geholt so und dann standen wir halt hier beim meckes und haben uns mcflurry geholt und dann kam irgend besoffener und sagte er wollte vor weil er weil der zugleich fährt er wollte vorher hat aber nicht stumm gemacht oder so er hat nur gesagt ob ein zug vergleich kann ich mal so und das witzige war neben uns stand noch jemand und das war der zuführer und dann sagte sony hier fährt in zehn minuten kein zug er fährt in einer halben stunde und er so ein kürzer vorne gucken ich sag mal ja solange ich hier in der schlange stehende fährt dazu gar nicht ich fahr das denkt und er so gut ist ja aber vielleicht endest du als peking ente irgendwann agenturen sohn ja ich sage ja die genieße moment ist wirklich so kommen da vorne sogar ein boot die 20 kommen hier kannst du auch richtig schön nicht darauf das gestänge setzen und meine nuggets schilden hier vorne würde ich übrigens nicht essen gehen das hängt schon halb runter also da war nicht wirklich ja sehr gefährlich agenturen so und dankeschön und träger für dankeschön auch an dich und manche mit venedig es ist venedig ist das venedig wir sind in deutschlands venedig wird die brücke ist irgendwie hier scheinbar auf der anderen seite und ich sage noch wir sind voll am arsch meine wie groß das ist ja ich meine aber dann ist ja ich meine aber dann bist du ja ich meine aber dann bist du ja ich meine aber dann bist du ja ja schön okay schnick schnack 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 so wie gehen da lang und ich sage noch wir sind jetzt auf der anderen seite ja wir sind voll am arsch meine wie groß willst du die bauen okay ja wir gehen jetzt in die bush dass er hier das ding oh gott geht dazu das sind deine freunde lass dich treiben du wolltest dich treiben lassen ich will ich werfe noch salz rein und dann treibst du es mal alleine salzwasser für dich wenn ich eine münze rein darf ja dann kommt ist der die und nichts passiert ja gut was muss denn da rein er siehst du kummer eine große deutung kostet zwei euro eine große ja wir machen eine kurze vorstellung machen ja ok ja mach groß jetzt hier guck 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 was wird dass boah langsamer kann man die arme auch nicht er Br frightened hey das ist ein wunderland alter ist das jetzt eigentlich denn freispiel jetzt wiederz des freiespiel ja hier würde richtig rein spiel jetzt die bauen gold aber in der mine ja ist das schneewittchen das ist schneewittchen man guck mal wie die auf den apfel geiert junge gretas vorfahren das ist mal eine gute frage wow da hinten ja oben der will war immer doch das ist schneewittchen oder ja natürlich die versteht er damit messer um bedroht die frau nicht man was soll denn das über her war klein geld vielleicht kriegen wir noch eine vorstellung das ist doch jetzt schon die große ja woanders meine ich ach so oh Das ist doch schäflich GEMA-frei. Doch, das ist GEMA-frei, Chad. Zumindest bis die Wettenschicht werden. Ja. Hat der gerade Knochen in der Hand zum Probbeln? Das macht mir Sorgen. Oh, Chad, haltet euch fest, bitte. Oh Gott. Aber schön mit RGB, Junge. Ja. Sieht aus wie meine Konzentration, das Ding. Der macht, der macht das, der macht, das wird Lubick. Und ich würde lachen, wenn er oben noch stehen bleibt, kurz. Oh, ich würde lachen, wenn sich jemand ins Gesicht bricht und überkommt. Oh Gott. Da könnte man, glaube ich, schöne Fotos von Erfurt machen. Ich glaube, das letzte Woche, das ist nichts da oben, das ist Fotos von Erfurt. Oh, lol, er hat's gemacht, Alter. Oh Gott, jawohl. Noch eine. Noch eine? Oh, der bremst da ab. Ne, mach. Oh, oh. Oh, das ist ja unangenehm. Alter, und vor allen Dingen dreht er sich nach oben. Oh, ist das so unangenehm. Wo ist das Rocky-Theme? Ich grüße die Scotty, den Stahi und dich natürlich auch. Stahi soll ein Snicer-DAP machen, Kappa, danke. Das ist doch schön, ich weiß nicht, was sagt er? Du sollst deppen. Du sollst deppen? Ja. Ich deppe auf den höchsten Punkt Erfurt. Okay. Ja, aber dann gehen wir ja ins Restaurant. Der höchste Punkt Erfurt. Meinst du? Wir haben den Kampf gegen die Kilos gewonnen. Oh, shit. Alle haben reingeguckt. Du hast... Nein. Netzschranktipp 16 Euro. Hier kauft euch mal jeder eine Wurst. Fühnt euch. Oh, geil. Eine Wurst für 16? Danke, Netzschrank. Jetzt muss die Wurst ja wieder drin haben. Die Wurst ist drin, ja. MR Muffin 1234. Subscribed. Danke, Muffin. So, los? Ich würde sagen, jetzt hauen wir zur Messe. Na, dann auch wie.